Das ist eine richtige Konvertierende Reihe Ähm... 62... Sind sie ja teuer Oh, sie alle sind ja auf dem... Überhaupt noch Truppen... Ja, gut Weiß zurück... Äh, was nehme ich denn da? Neh, wir wollen die Friedrichen fahren dringend Du kannst dich da mal auf Kostos stellen Hab ich den gebaut? Oder... Ja, kann ich dann... So... Auch hier hätte ich gerne 30... 5... 10 bitte wieder Dann kann ich glaube ich meine Truppen mal wieder zurückziehen Wie die dann nicht alles verheizen Ich weiß nicht mehr so genau, wo die überall stehen können Ist das wenn man längere Zeit lang wirklich nicht spielt, ne? Aber so ein paar Händler wären vielleicht noch ganz gut Die würden sich immer noch vassalisieren lassen Das ist gut Ingolstadt Und die Elf wie gewonnen und alles besetzt, ne? Gehst mal wieder nach... Ähm... Ähm... Wiedfeld ist doch gut Wiedfeld klingt doch gut Ähm... Du hast da auch mal eine Aufragung zu stehen und zu verheizen Und gehst mal nach... ...Klodach Klodach auch eine tolle Sache Jetzt kann ich noch wir machen Und dann kann ich noch die feste nicht nehmen Oder ich brauche mal die große knall Da die beiden halten dabei sind Dann vergesse ich das noch Wenn sich das noch... Wenn die beiden dabei sind Und dann ist tot Ne, ich habe jetzt Dings Nationalismus und den ganzen Scheiß Das sollte das jetzt eher gehen Denke ich Hoffe ich 1070, hatte vorher mehr Hatte ich vorher mehr Ich kann mir auf jeden Fall noch mehr leisten Die stelle ich auf In, wo stelle ich denn die auf Mockelenmüll Definitiv In Mockelenmüll Und mal schnell noch mehr Gebäude bauen Ich brauche mehr Geld Meine viel zu große Armee muss ja Versorgt werden mit Drill mal so ein bisschen Du drillst mal Dann auch mal Du belagerst noch Ich habe die Aufnahme gestartet Muss man nur noch überlegen Welche Idee ich nehme Alter Performance Fass die mal wieder Ich glaube es gibt es Keine Performance Fass die mal wieder Kann ich mich hier drüben Irgendwo da Auf Kuttenberg So wie wäre es wenn du da jetzt mal Fehlten noch fünf Sollte Unsinn Sollte Unsinn Sollte Unsinn Sollte Unsinn Wenn nichts akzeptiert Hieße dass man die nicht Befördert Haben Nee der ist auch Befördert Ich nehme mal die Rekord Sollte Unsinn Sollte Unsinn Sollte Unsinn Sollte Unsinn Ach nach meinem Ab Perfekt So Jetzt warte ich aber trotzdem Auf das Jahr ab Um Die aggressive Expansion Nochmal zu reduzieren Wir haben keinen Druck mehr Dann machen wir mal einen Frieden Und gucken was es uns gibt Das heißt also ich muss das alles so Und überlegen So der Teil da unten Den hätte auch gespielt Ja das möchte auch Ungolstadt haben Und gönnen wir uns das jetzt erstmal Gut aber das sind die 8 die ich so wie Schotten Als Dings habe Die sind keine große Gefahr hoff ich So ich würde gern Böhmen von allem abschneiden Dass ihn noch Provinzen wegnehmen kann 2,4,6,8,10 Bremen ist eine Gefahr Aber sonst auch nix Da drüben habe ich Ansprüche Wie sieht denn das aus Jetzt wird es ein bisschen viel vielleicht Wie sieht es dann aus wie ich nur eins nehme Nehmen wir uns auf jeden Fall Dann gucken wir doch mal Dann gucken wir doch mal Hier drüben noch irgendwo Ansprüche Nehmen Jetzt interessiert halt keinen Milchbögen-Schluck Das wird halt wirklich niemand durch drüben kommen Oh doch jetzt Jetzt fangen sie sich an verdüben zu lassen Oh Moment da war noch ein Stück Oh cool Das muss ich mir zuerst noch mal 3,4,4,5,10 Das ist aber noch recht Ich weiß nicht, was das Auto kommt jetzt Schauen wir mal Das ist ein bisschen schwierig Das klingt dann etwas schwierig Mal gucken Ja Ja Wow, das sieht gut aus Und dann bitte noch Kriegsreportation Aber noch ganz gut Ja 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 Oh Gott 141 Punkte Alter Oh Gott Ich hab nicht genug Punkte Ja Geil Ähm Expressionistische Ideen Soll ich vielleicht noch nehmen Hm Hm Aber ich nehme Handelsideen, noch mehr Geld wäre natürlich auch geil, dann kann ich noch eine größere Armee hochziehen. Das bringt, ich weiß nicht, Defensivideen glaube ich nicht, dass sie so mega wären, die Gierche Ideen ist mir reichlich egal, also humanistische Ideen hätte ich noch gerne, aber das kann ich vergessen, glaube ich. Ich glaube ich nehme erst mal die Handelsideen. Und später dann lege ich noch die Dingsideen drauf. Berlin kann, Berlin steht mal wieder zu viel Zeug drum. Gut, ich muss irgendwo anderen, ja gut, wer würde schon in Berlin stehen? Hätte ich auch für Schleiß, wenn ich in Berlin stehen müsste. Können sie halt nirgendwo stehen? Ach doch, da in Erlangen, in Erlangen. Du kannst da auch nicht dauernd stehen, ach komm schon. Ach. Ich habe eine riesige Armee, aber ich... Moment. Achso, das habe ich glaube ich integriert, glaube ich irgendwann mal. Da in Flonheim. Dann ab mit dir nach Flonheim. Ja, das sieht doch noch ganz gut aus. Hoffe ich. So, da oben. Ich sehe doch gar nicht, wie viele Sammeln. 169. Achso, ich verleicht mich. Ach. Auto-Ko 160. Armin. 840.000 Erkuchenloser, ja. Ist die Yugoslavia noch beschäftigt? Die sind noch beschäftigt. Bist du am Gewinnen oder doch eher so am Verlieren? Ah. Die Schweiz greift da ja niemand dran. Ich kenne die Idee, jetzt den Landseinfluss begann, das 20 Prozent. Dann mache ich noch mehr Geld. Ich muss die Zähle noch mal. Warten bitte wieder. Sondern kann ja irgendjemand wo der Kaiser. Ach, war der schon 51. Das habe ich jetzt erst gesehen. Ah, das heißt, ich muss den bald schon wieder. Ähm. Oh, dem schicken wir jetzt erst mal ein Geschenk. Ich habe nicht genug Geld. Dann schicken wir ihm wohl kein Geschenk. Nee, Moment. Ich muss ja auch anfangen erst mal einen zu integrieren. Jetzt habe ich wieder zu viele Dings. Integrieren kann ich nicht. Bis Juli 38. 30. Ach, fuck. Okay. Okay. Boah, nee. Startsehe kann ich nicht. Okay. Hier nimmst mal ein Geschenk. So, nehmt mir dieses Geschenk. Das kostet 139, obwohl ich einmal schon habe. Das ist um... Was war es? Ja, das kostet 139, obwohl ich einmal schon habe. Das ist um... 15% weniger. Das kannst du dir halt auch einfach nicht ausdenken. Dann können Jugoslawien nicht einfach mal sein Bündnis mit Dänemark aufkündigen. Mit 178 nur. Ja, kein Problem nicht. Kriegen wir das nur auf 100... Ach, stimmt. Ich habe das... 12.600 Dukaten. Oh, wow. Okay. Dann habe ich wenigstens eine Beschäftigung. Oh, geil. Gut. Ah, Gewaltmarsch kostet keine Macht. Das ist ehrenlich brauche ich nicht. Der Adler-Rivo muss nur. Das ist dabei. Oh, Gott. So, ob die nächste Dingsbums... 1750, Industrialismus. Jetzt habe ich ganz viel Glück, und wir kommen das auch noch. Ja, noch irgendeinen Verbündeten? Nein, gut. Ah, dich habe ich gerade das noch vollgebracht. Dich annektiere ich gerade. Okay. Das war jetzt richtig gut. Irgendein Meisen? Wo kommt das jetzt auf einmal her? Ist das da schon länger? Wurde das gerade ist da entlassen? War das nicht eben noch Böhmen? Ach so, weil das schon eigentlich mal Ingolstadt gewonnen hat. Ja, ja. Und da Ingolstadt seine Heimatprovinzen nicht nehmen kann, weil ich die genommen habe? Boah. Und Peter war der Meinung, ich könnte nur eine Provinz nehmen. Also bitte. Peter, die gar keine Ahnung. Man merkt, dass er erst 42 Stunden hat, oder so. Oder 45 Stunden. Mal. Mal. Und die Tür auch so bühen? Ach so. Ich darf er ständig an, aber das ist ja auch gut. Ich bin ja so schon fast nicht. Ich bin ja kein Mensch. Masowin? Ich glaube den Masowin ein. Ja, aber das Bündnis kannst du nicht angreifen. Wow, Jugoslaw ist mal wieder größer geworden in ein paar Provinzen. Mal sehen, wo die Revolution startet. Also wenn das so spannend wird wie die Religionskriege, dann in den Niederlanden oder sowas. Da ich momentan Geld brauche, würde ich sagen, ich konvertiere erstmal niemanden weiter. Wir haben hier eine volle Stärke. Hier hat volle Stärke. Da ist auch nur 150 drüber. Die Zinsen zahle ich da auf dem Monat. 47. Läuft. 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 Läuft.